ja hallo liebe leute ich begrüße euch ganz herzlich auf meiner ersten tour im neuen jahr 2023 im prinzip komme ich gerade zurück aus der eifel wollte eigentlich nach mongeau fahren ich war auch bis da aber leute es war ziemlich unangenehm über die höhen der eifel zu fahren und da zog sich auch auf einmal das wetter so extrem zu naja egal aber was soll's es war trotz allem eine schöne tour bis jetzt und jetzt bin ich auf der rückfahrt ja worum geht es ist die führerscheinerweiterung 196 genug oder soll es doch lieber die offene klasse sein die frage stellt sich mir soll ich die erweiterung oder soll ich den großen a führerschein noch machen oder nicht welche vorteile welche nachteile habe ich von 196 gegenüber den großen a führerschein ja darum geht es in diesem video denn es gibt auch eine neue aussage was änderungen an b 196 angeht mein name ist roland und ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem kanal vespa lifestyle aachen schön das ist ja die führerscheinerweiterung die ich so ziemlich genau vor einem jahr begonnen habe die voraussetzungen für b 196 sind ja mindestens 25 jahre muss man alt sein und man muss mindestens den führerschein klasse 3 also b b führerschein haben dann kann man über eine einweisung bei der fahrschule diese erweiterung machen das habe ich gemacht dazu musste man dann vier theorieeinheiten machen 90 minuten und fünf doppel fahrstunden wenn du das hast und der fahrlehrer dann meint ja du bist fit du kannst das dann kriegst du von der fahrschule eine bescheinigung dass du diese einweisung gemacht hast damit gehst du dann zum straßenverkehrsamt und dann lässt du das im führerschein eintragen ich hatte das letztendlich alles abgeschlossen im mai letzten jahres ende mai habe ich dann die eintragung im führerschein gehabt und oder mitte mai und ende mai am 27 mai genauer gesagt habe ich dann meine vespa hier die gts 125 bekommen bei der einweisung bei der fahrschule hat der fahrlehrer der chef muss man dazu sagen war das auch ein fahrlehrer hatte mir dann angeboten hör mal ich halte jetzt deine unterlagen kann ich ein jahr zurückhalten wenn du also willst kannst du die offene a klasse machen und dann richten wir das alles an bezahlt hatte ich seinerzeit 700 euro und er meint auch zu mir fahrstunden braucht man dann nicht mehr so viele du kannst das alles recht gut dann beschränken wir uns auf das minimum und da kannst du das dann kannst du den offenen a führerschein machen ich muss natürlich allerdings dann die gesamte theorie machen und theorie prüfung alles machen ja und das ist das was mich ehrlich gesagt ich will nicht sagen abschreckt aber wo ich nicht unbedingt die große lust drauf habe sagen wir es mal so leute in meinem alter mit 58 dachte ich rüber drücken naja ich mein gut also gehen würde das schon aber so richtig bock habe ich darauf nicht und für mich reicht der b196 es gibt eine sache die ist ja tatsächlich da ist man oder sagen wir sagen also man ist in zwei sachen eingeschränkt was die b196 einweisung erweiterung angeht zum einen ist dass die beschränkung auf maximal 125 kubik maschinen mit 15 ps das finde ich ehrlich gesagt als nicht so schlimm meine westbar hat 125 kubik und 14 ps und für mich reicht das ganz ehrlich ja die zweite einschränkung die b196 hat ist man ist damit nur auf deutschland beschränkt das heißt ich darf damit nicht ins ausland fahren naja und hier aachen ist ja drei ländereck nach den niederlanden rüber und auch nach belgien und gerade belgien die adennen das ist natürlich auch ein herrliches gebiet wo man dann fahren kann und ja das würde ich schon gerne machen aber nur deshalb dann den offenen a führerschein zu machen um ins ausland zu fahren ausland fahren zu können ich weiß es nicht das ist ein nachteil bei b196 das könnte ich mit dem offenen a führerschein natürlich machen ich könnte größere maschinen machen das will ich aber ehrlich gesagt nicht unbedingt ich bin extrem zufrieden mit meiner westbar und jetzt gerade hier so durch die eifel das ist schnell genug und da hätte ich gesagt autobahn rasen muss ich nicht ich komme hin wo ich hin will also für mich ist das genug allerdings wie gesagt wir haben ja auch in holland unseren wohnwagen stehen an der küste und da würde ich schon gerne auch mal mit dem roller hochfahren boah ist das windig heute ich hoffe die aufnahmen sind die aufnahmen sind nicht so sehr verblasen aber momentan darf ich es nicht die betonung liegt auf momentan denn jetzt anfang januar und 2 januar glaube ich oder dritten januar hat der adhc einen artikel veröffentlicht wo wohl in diesem jahr die eu plant die führerscheinerweiterung b196 zu europäisieren das heißt die erweiterung wäre dann im gesamten eu gebiet gültig die gibt es ja in anderen ländern genauso in österreich ich weiß nicht wie es da heißt heißt nicht b196 heißt dann irgendwie anders ist ja egal aber im prinzip ist es dasselbe in grün so also warum soll man das nur national beschränken ist ja ehrlich gesagt der teile quatsch ja wenn dann die b196 erweiterung für das europäische ausland ist und ich dann nach holland und belgien auch reinfahren kann dann wäre das schon sehr sehr gut aber ich habe natürlich auch noch das angebot von meinem fahrlehrer oder von dem chef halt eben die offene a klasse zu machen jetzt muss man auch dazu sagen im prinzip sind die sind ja gewiefte geschäftsleute denn meine einweisung die fahrten die praktischen fahrten die bin ich nicht mit einer 125 kubik maschine gefahren sondern mit einer a2 maschine mit einer bmw 310 g310 r und dann natürlich auch in die eifel rein und so das war schon schick muss man sagen autobahn gefahren aber wie gesagt autobahn ist muss ich nicht unbedingt haben also ich überlege hin und her soll ich das machen soll ich es nicht machen momentan habe ich ehrlich gesagt nicht das verlangen danach das zu machen und wenn natürlich das so kommt wie der adhc das in seinem bericht dargestellt hat dann wäre das echt toll Leute muss ich schon sagen ich werde euch mal den artikel vom adhc mit verlinken in der video beschreibung ja man kann da selber mal nachlesen da ist auch so ein kleines video bei so ein interview video ja ganz gut gemacht die frage ist wann kommt das wann wird die eu das beschließen also ich gehe mal ganz stark davon aus das ist ja eigentlich nur eine pro forma sache wenn wir ehrlich sind das sei denn die wollen dann wieder Geld rausschlagen und dann muss das dann einheitlichen Namen haben und keine Ahnung dann musst du wieder dann müssen die Führerscheine wieder umgeschrieben werden und 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 wobei das glaube ich nicht also das ist einfach so du bist berechtigt mit dem Führerschein dann und der Erweiterung dann halt eben zum Ausland zu fahren ja was haltet ihr davon schreibt in die Kommentare rein wie ihr das seht aber das war heute schon obwohl es noch mal ein bisschen ungemütlich ist von der Wetterlage her der Himmel ist zwar schön blau aber ähm der starke Wind und der ist ja noch sehr kalt und über der Eifel uuuh Leute uuuh 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 Spaß gemacht oh ja das Kaffee ich freue mich Kaffee Kaffeemaschine ich habe so einen kleinen Kaffee Vollautomat das heißt die Kaffee die Kaffeebohne wird frisch gemahlen und so mh lecker das Wetter ist sehr herrlich wie gesagt aber es ist doch stark windig uuuh und als ich vorhin über die Höhen so bei Röthgen gefahren bin über Röthgen nach oben Fringshaus raus oh Leute da hat der Wind gepfiffen und da standen richtig fiese Windböen das war schon sehr sehr unangenehm da zu fahren wenn du da bei der Landstraße mit mit 100 knallst aus gut Deutsch gesagt und du auf einmal so eine Böe von der Seite bekommst ey da ist schon nicht so nicht so ne 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 muss man nicht haben ne in Monja selber ich bin das wirklich nur vor den Toren von Monja gefahren ich wollte eigentlich rein und so ein bisschen noch eine Foto einen Fotowalk machen ähm aber da zog sich das Wetter zu es pfiff da es war eisig kalt ne das hat keinen Spaß gemacht da hab ich gedacht was machst du jetzt fährst du wieder heim schnauze voll äh ich freu mich jetzt auf die Tasse Kaffee ach hier vielleicht könnt ihr das sehen hier ich hab mir so eine Thermoüberhose noch zugelegt ähm bei Amazon geschossen für echt kleines Geld äh es war das unter 40 Euro äh ist so eine Wind und die ist Wind und Regen beständig und ist so ein Thermostoff halt ne boah die ist extrem geil ne ihr kennt das wenn ihr so die Jeans und Jeans an habt da hast du zwar da drunter so eine lange Thermofunktionsunterwäsche aber wenn Jeans hier einmal kalt ist das ist ja ähm boah ne das geht ja dann gar nicht ne das geht ja dann komplett durch ne so und das hier hält die hält extrem gut ab ich äh verlinke euch mal äh den Artikel bei Amazon liebe Leute ich hoffe euch hat das Video gefallen wenn ja lasst gerne ein Like da gerne auch ein Abo ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende wiedersehen uns im nächsten Video bis dann Leute Tschüss ab an Untertitelung des ZDF, 2020